Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Oh mein Mann, da kann ich da, das ist wieder da. Ach nee, da gehen nur noch zwei LEDs. Ich weiß nicht, ob das wieder funktioniert. Ich zerleg es mal, wir gucken mal rein. So, ich habe hier ehrlich gesagt Gamebock mehr. Ich vermute, also was hieß vermute, hier sieht man es ja, die ist anscheinend durchgebrannt. Die hat man ja gewechselt, wie ihr seht, die geht noch. Jungs, ich habe keinen Bock mehr auf den Mist hier, das ist sowieso für ein Arsch. Das wird so heiß alles, dass am Ende sowieso alles wieder abraucht. Deswegen habe ich hier einen LED 12V Chip reingemacht, so eben, mit einer Vorschaltung drauf. Und habe das jetzt mal hier reingetübelt und wir testen das jetzt mal zusammen, ob das jetzt so funktioniert. Weil ich glaube, dass das so eine bessere Lösung ist und dass die Lampe so mal ein bisschen länger hält, wie zwei, drei Tage. Dann kann ich wahrscheinlich so abrauchen. Mal gucken. Oh nein. Ich glaube, das war schon zu viel Spannung. Oh nein. Ach nee. Oh. Quatsch. Ich trockle. Ich hätte es ausgescheitert. Gut. Ich glaube, ich jetzt so ein bisschen heller. Ja, ich klebe das Ganze jetzt hier noch ein, Deckel dann wieder drauf und so und dann funktioniert die Lampe wieder. Wollte ich euch nicht voreinhalten? Also es funktioniert nicht immer. Ich vermute, wie gesagt, dass die hier, ihr seht, ihr habt es ja, ja, hier sieht man das, dass die Lampe halt extrem, ähm, ja, zu heiß wird. Und dadurch, egal was ich hier mache, das geht immer wieder kaputt. Das ist einfach Schrott, ne? Das ist für Wegwerfgesellschaft gebaut. Das ist natürlich nicht hundert Prozent die Lösung hier, ne? Aber da hier alles durchkontaktiert ist, ich habe keinen Bock jetzt hier alle LEDs zu wechseln. Ich würde auch, wenn die durchraucht, das nächste Mal dann mal noch einen Vorwiderstand hier rein, dass das nur, was weiß ich, gerade so 12 Volt kriegt. Und dann müsste die eigentlich ewig halten. Mal gucken, wie die lange, wie lange die jetzt hält. Falls sie wieder in den Arsch geht, mache ich dann wieder Teil 3, was ist das dann? Ja gut, wie gesagt, geht wieder, ist jetzt auch ein bisschen, äh, warm, weiß. Nicht mehr so, weiß nicht. Na gut, funktioniert alles. Tschüssi.